Yo, Newsflash! Wir sind wieder hier mit Nachrichten zum virtuellen Draft, zur virtuellen Off-Season, zu Spielerverträgen und so weiter. Und ganz am Ende vom Video, ich packe es extra ans Ende, damit die ganzen Leute, die wirklich nur für die News hier sind, die letztendlich kein Interesse am Kanal haben oder was auch immer an YouTube, damit es für die nicht doof ist, ganz am Ende brauche ich ein bisschen eure Hilfe. Ich würde sagen, ich brauche eure Ideen eher als eure Hilfe. Da geht es um die Kanalmitgliedschaft, die es ja höchstwahrscheinlich demnächst geben wird. Aber wie gesagt, vorher erstmal zu den NFL-News. Dieses Jahr gibt es ja erstaunlich viele Teams, die neue Jerseys haben, neue Trikots, neue Uniformen, wie auch immer ihr es nennen wollt. Zuerst waren es die Buccaneers, glaube ich, die neue vorgestellt haben, dann die Falcons. Habe ich ja zu beiden immer schon am Rande ein bisschen was gesagt. Jetzt sind es die Coats, die ein neues sekundäres Logo haben, was ich irgendwie ganz cool finde. Es hat die Form... Ist es Indiana? Oder ist es jetzt wieder eine Sache, dass Indianapolis nicht in Indiana ist? Ich glaube, es ist in Indiana. Auf jeden Fall von dem Staat, in dem die Coats spielen. Ich glaube, es ist Indiana. Die Form ist quasi in dem C drin. Das C ist gleichzeitig ein Horseshoe. Wie heißt denn das? Ein Hufeisen, genau. Ein Hufeisen, was ja auch das Symbol ist. Die Zahl der Nieten hat, glaube ich, auch was zu sagen. Ich finde es irgendwie ganz cool. Wenn man nicht weiß, dass es der Staat in der Mitte ist, dann sieht es einfach nur aus wie ein zerfleddertes Hufeisen. Aber irgendwie hat es was. Ich mag das. Ich verstehe auch, wenn es Leute nicht mögen, aber ich finde es cool. Und ansonsten haben die nur ein bisschen was mit den Farben geändert von der Face Mask und so. Also es sieht nicht sonderlich neu aus. Es ist jetzt nicht wie bei den Buccaneers und bei den Falcons. Das Gleiche haben letztendlich die Browns gemacht. Die sind wieder ein bisschen traditioneller gegangen mit ihren Jerseys. Das heißt, das Cleveland, was hier stand, ist zum Beispiel jetzt auch weg. Weil es als zu sehr College und zu Trendy angesehen wird. Die sind eher ein bisschen zurückgegangen, sage ich mal, ein bisschen zu was Traditionellerem. Haben aber letztendlich auch nicht wirklich was verändert. Also es sind jetzt keine krassen Jersey-Veränderungen wie Jaguars, als sie die hatten bei den Buccaneers jetzt. Oder bei den Lions, sage ich mal. Die als Schwarz zum Beispiel komplett rausgenommen haben. Also es ist relativ soft. Trotzdem haben die neue Sachen. Ich weiß nicht ganz genau, was der Grund dafür ist. Ob das wirklich nur modisch ist, um modern zu bleiben und schick zu bleiben. Oder ob sich da schon wirklich lohnt, so kleine Veränderungen, dass viele Fans sich jetzt neue Jerseys kaufen und so weiter. Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, bei den Colts mit dem C als neues sekundäres Logo. Das ist wirklich hauptsächlich für Merchandise-Gründe. Das heißt, dass sich da Leute jetzt Caps mitkaufen und Shirts und sowas. Aber bei den Browns weiß ich wirklich nicht genau, warum sie das geändert haben. Auf jeden Fall sind es neue Jerseys. Ich glaube, die Chargers sind das nächste Team, was richtig komplett neue kriegt. Es kann aber auch sein, dass ich was vergessen habe. Ich glaube, es gab sieben Teams dieses Jahr, die wenigstens ein bisschen was an ihren Jerseys geändert haben. Und ich glaube, wir haben erst vier davon. Ach genau, die Rams müssten, glaube ich, auch noch neue Jerseys kriegen. Die haben ja auch schon ein neues Logo. Das ist merkwürdig auf jeden Fall. Aber freut euch auch noch auf ein paar neue Jerseys. Und die Chargers-Jerseys sollten wohl richtig geil sein. Die virtuelle Off-Season kann jetzt stattfinden. Das heißt, es wurde erst mal einen Weg gefunden, wie die in Zoom-Calls sind zum Beispiel. Oder in Discord-Calls oder Skype oder FaceTime, was auch immer. Hausparty. Und da auf jeden Fall miteinander reden können als einzelne Räume. Vielleicht sogar als ganzes Team. Glaube ich zwar nicht, aber auf jeden Fall hat man dann schon mal die DBs mit dem DB-Coach zusammen. Die Linebacker mit dem Linebacker-Coach. Sowas. Das Ganze wird erst mal stattfinden ohne Dak Prescott. Der hat den exklusiven Franchise-Tag bekommen von den Cowboys, hat aber den Vertrag dafür noch nicht unterschrieben. Das heißt, momentan hat er keinen Vertrag mit den Cowboys. Ist halt auch nicht Free Agent, weil die Cowboys sich logischerweise die Rechte an ihm gesichert haben mit diesem Franchise-Tag. Aber er hat ihn noch nicht unterschrieben. Es steht wohl auch noch ein Angebot im Raum von den Cowboys, aber das schon seit ein paar Wochen, wo sich jetzt auch nicht großartig was getan hat. Das heißt, Dak Prescott hofft wohl drauf, noch ein besseres Angebot zu kriegen. Bevor dann wirklich, ich sag mal richtig spannend wird, es dann Richtung Sommer, falls die Deadline nicht verschoben wird. Dann gibt es irgendwann einen Termin und ab da darf nicht mehr verhandelt werden über den langfristigen Vertrag, bis dann die Saison wieder vorbei ist. Und das heißt, vorher müsste man halt schon einen langfristigen Vertrag hinkriegen. Ansonsten würde Dak Prescott nächstes Jahr nochmal sozusagen Free Agent werden. Ist eine interessante Situation. Auf jeden Fall nimmt er, wie gesagt, nicht an diesem Off-Season-Workout, kann man es ja nicht wirklich nennen, an den Sachen teil. Egal, ob das virtuell ist oder nicht virtuell ist, wenn du deinen Franchise-Tag noch nicht unterschrieben hast, dann sagst du quasi, nob, ich bin da nicht dabei. Das Ganze ist insofern ein bisschen wichtig, als dass er halt der Quarterback ist, die wichtigste Position auf dem Feld. Und die Cowboys haben einen neuen Head Coach und Mike McCarthy. Das Ding ist, die Offense wird erstmal bleiben. Der Coordinator ist geblieben, Lingo wird wohl ungefähr so bleiben, aber selbst kleine Änderungen an Begriffen für Sachen können sehr, sehr wichtig sein. Und der Erste, der es wissen muss, der, der es am allersichersten wissen muss, ist natürlich der Quarterback. Wie gesagt, dadurch, dass er jetzt McCarthy nicht einen eigenen Offensive Coordinator mitgebracht hat, ist das Ganze nicht so kritisch, aber es ist auf jeden Fall nicht optimal für die Cowboys. Oh, eine Sache zum Kanal, doch mittendrin, aber ganz schnell. Ich habe gestern die Playoffs hochgeladen für die Community-Franchise. Falls ihr nicht gespoilert werden wollt und es noch nicht gesehen habt, dann drückt ihr jetzt hier auf Pause und guckt das Video an oder springt hier eine Minute vor und guckt danach das Video an. Okay, alle Leute sind weg. Ich habe, ja, verloren. Das heißt, der Superbowl kommt am Freitag und ich habe euch gefragt, wollt ihr dann zum Draft, der, wenn die Server mitspielen, auch Freitag sein wird, einen Livestream haben oder danach ein Video, was zusammengefasst wird. Die meisten Leute haben Livestream geschrieben, aber es haben auch viele Videos geschrieben und ein paar haben geschrieben beides. Ich gucke, ob ich beides machen kann. Wenn ich beides machen kann, dann werde ich das auf jeden Fall umsetzen. Im zweitbesten Fall wird zur Not, wenn ich es nicht beides machen kann, ein Admin von mir streamen. Da wäre ich dann auch mit im Streamen und danach gibt es dann ein Video. Dann würde ich euch den Link zukommen lassen auf YouTube, auf Twitter und auf Instagram. Aber ich denke, ich werde es hinkriegen, gleichzeitig zu streamen und aufzunehmen, damit dann im Nachhinein noch ein Video hochgeladen werden kann. Ja, ich denke, das wird so sein. Falls ja, streamen morgen gegen 18 Uhr oder sowas. Ich werde es auf jeden Fall nochmal im Video von morgen ansprechen. Die NFL hat sich bei mehreren Teams erkundigt, wie das Ganze aussehen könnte, wenn man die nächste Saison wirklich ohne Fans spielen müsste. Das Ding ist, ich glaube, es wäre wirklich fatal für die NFL als Business und einfach für den Rhythmus, allein schon mit Verträgen, mit Rookies. Wie läuft das alles, wenn man die Saison einfach gar nicht spielen kann? Und anders als bei der NBA, wo du jetzt quasi gesagt haben müsstest, okay, wir brechen einfach jetzt alles ab und dann kommen die Teams wieder rein, relativ schnell aufeinander sogar, wenn doch nicht mal alle Spieler geklärt sind, könnte man das für den Football, für die NFL jetzt langfristig vorbereiten? Das Ding ist, ich weiß nicht genau, wie man das machen würde. Als Idee würde mir in den Kopf kommen, dass du die Teams halt wirklich komplett von der Außenwelt abgrenzt für die Zeit der Saison, was, glaube ich, für die Spieler unglaublich dreckig ist. Weil das, also logischerweise mit viel mehr Gesellschaft, weil du die ganzen Spieler und sowas hast, aber das ist dann ja wie eine Raumfahrt oder sowas. Also du kannst dann einfach nicht zu deiner Familie, logischerweise ganz viele NFL-Spieler haben junge Kinder und sowas und das ist schon wirklich, wirklich kritisch. Ich weiß, bei manchen davon wohnen die Familien sowieso in anderen Städten und so weiter, aber du kannst dann halt nicht mal in deiner Bye-Week irgendwie schnell zu deiner Familie gehen oder sowas. Die Familie könnte nicht zu den Spielen kommen. Also das wäre alles wirklich maximal kritisch. Eine andere Option wäre noch, dass die Familie von den Spielern dann selber mit eingegrenzt wären, aber das wäre dann, also das ist wirklich alles sehr, sehr heftig für die Spieler an sich und ich weiß nicht, ob die das mitmachen würden. Auf jeden Fall wird sich jetzt gerade informiert, wie man das Ganze umsetzen könnte, in leeren Stadien zu spielen, also ohne Fans. Ich sage mal so, für uns ist es immer noch besser als gar nichts, würde ich sagen und ich glaube, es geht wirklich sehr, 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 sehr schwer, einfach eine Saison ausfallen zu lassen. Mit Rookies, mit Eligibility, mit Verträgen, wie gesagt, ich weiß nicht, wie das gehen soll und momentan sehe ich es echt nicht kommen, dass wir eine normale Saison haben werden im Herbst. Das heißt, eventuell ist zur Zeit wirklich das wahrscheinlichste Szenario und das ist schon mit ein bisschen Hoffen, dass die Saison in leeren Stadien gespielt wird. Das stelle ich mir sehr, sehr, sehr merkwürdig vor. Die Falcons wollen wohl hochtraden Richtung Top-10-Pick ungefähr. Es gibt mehrere Möglichkeiten, für wen sie hochtraden wollen. Entweder sie wollen den zweitbesten Interior-D-Liner sich abholen, das heißt, entweder Derek Brown oder Javon Kinlaw oder was ich für wahrscheinlicher halte, ist, dass sie den zweitbesten Corner haben wollen. Das heißt, entweder, wonach es aussieht, CJ Henderson oder eventuell sogar Okuda, falls irgendjemand wirklich Henderson über Okuda draftet. Die Frage ist, vor wen müsstest du dann springen? Müsste man dann sogar vor die Jaguars? Das heißt, müsste man dann in Richtung 8 gehen oder sowas? Und dafür müsste ein Team von 8 dann runter und auf einen Top-Offensive-Tackle verzichten. Das wäre ein extrem, extrem teurer Trade. Und dann kann ich es mir schon eher vorstellen, dass die Falcons in Richtung 10-11 oder sowas gehen, vielleicht 12, um dann vielleicht noch an Kinlaw ranzukommen. Aber das ist interessant auf jeden Fall, dass die Falcons hoch wollen. Natürlich sind es alles nur Gerüchte, aber sieht schon sehr danach aus, muss ich sagen. Christian McCaffrey hat den teuersten Running-Back-Vertrag aller Zeiten unterschrieben. Ich glaube, was waren es, 16 pro Jahr? Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld. Ich glaube, obwohl die Running-Back-Kurve zuletzt mit dem Geld ja ein bisschen nach unten gegangen ist und man sieht, die teuren Verträge haben sich nicht wirklich ausgezahlt. Todd Gurley zum Beispiel, Le'Veon Bell, weil viel halt von der O-Line getragen wird. Ich glaube, die Panthers sind trotzdem relativ selbstsicher in den Vertrag reingegangen. Und ich glaube, die Saints werden auch relativ selbstsicher in den Vertrag mit Alvin Kamara reingehen, weil sowohl CMC als auch Kamara halt Spieler sind, die relativ entspannt altern werden in der NFL. Einfach, weil dieser Receiving-Threat so da ist, dass sie viel auch da in dem Game machen können. Nicht so viele Hits unbedingt kassieren, wie viele von den jetzt einfachen Downhill-Running-Backs, die in Offensive-Tackles reinrennen und so weiter. Und ich glaube, deswegen ist man eher ein bisschen entspannter, so jemandem viel Geld zu geben, als zum Beispiel einem, keine Ahnung, Melvin Gordon oder sowas. Ich denke nicht, dass es dumm ist. Ich denke, man muss wirklich sich teilweise nach Trends richten. Und wenn der Trend sagt, oh, Running-Backs sind zurzeit, sehen aus, als wären sie nicht so wichtig und man braucht Geld für andere Positionen, muss man gucken. Aber ich glaube, Christian McCaffrey ist schon ein absolutes Ausnahmetalent und hat den Vertrag auf jeden Fall verdient. Mike Mallock, der GM der Raiders, hat ein paar interessante Zitate jetzt losgelassen, als es um diesen virtuellen Draft ging, wo er quasi gesagt hat, er findet das eigentlich ganz cool, weil man sich jetzt quasi mehr aufs Tape verlassen kann und nicht von diesen ganzen anderen Geschichten so sehr aus der Ruhe gebracht wird. Er hat gesagt, den Werten zum Beispiel, diesen 40-yard-Dash und so weiter, den Maßen vom Spieler. Und das ist halt wirklich was, gerade der Combine ergibt für mich nicht wirklich Sinn, für die meisten Spieler zumindest. Ich glaube, 90% der Spieler, die im Combine sind, müssten nicht in den Combine, weil du einfach auf dem Tape genug siehst. Ich glaube, der Combine sollte eher für diese ganzen Leute sein, wo man noch Fragen hat, weil die Konkurrenz nicht gut genug ist oder weil sie nicht lang genug gespielt haben, nur ein Jahr Starter waren oder sowas. Und deswegen weiß ich es nicht genau. Das Einzige, wo ich nicht wirklich mitgehen kann, ist, dass Mallock gesagt hat, oder nicht gesagt hat, aber angedeutet hat, für ihn sind die Physicals auch nicht so wichtig, solange man auf dem Tape sieht, dass er funktioniert. Denn wenn du jetzt einen Spieler draftest und dann kommt er zu dir und du machst dein Physical dann erst mit dem und siehst, du hast auf einmal gar keinen Knorpel mehr im Knie und wir haben dich jetzt in der zweiten Runde gedraftet. Du spielst vielleicht höchstens drei Jahre NFL, dann ist das natürlich nicht das, was du willst. Also diese Physicals sind schon extrem wichtig, aber allein der Aspekt, dass man sich jetzt mehr aufs Tape konzentrieren kann und nicht so sehr von den ganzen Pro Day und Combine und was auch immer Zahlen abgelenkt wird. Und das finde ich klug und das finde ich gut, das gefällt mir immer. Gucken, wie der Draft jetzt dieses Jahr aussieht. Wenn viele GMs zufriedener sind, als sie ursprünglich gedacht haben, vielleicht ändert es dann auch die nächsten Jahre, was mit dem Combine passiert oder was mit den Pro Days passiert und so weiter. Mir haben mehrere Leute geschrieben, dass die Lions wohl virtuelle Interviews gemacht haben, oder was heißt wohl, dass die Lions virtuelle Interviews durchgeführt haben mit Tua Tangeveloa und mit Justin Herbert. Who cares? So, letztes Jahr haben sie welche mit Kyler Murray durchgeführt. Hätten sie Kyler Murray gedraftet später? Nein. Hatten sie Chance, an Kyler Murray ranzukommen? Nein. So, das sind meistens wirklich Smokescreens oder teilweise versucht man auch Sachen rauszufinden, für den Fall, dass man gegen die Quarterbacks spielt. Es klingt weit hergeholt, aber es gab schon Headcoaches, die das bestätigt haben, GMs, die das bestätigt haben von wegen. Man fragt nur so kleine Sachen am Rande von wegen, wenn du ein Cover 3 liest, wo guckst du zuerst hin? Welchen Bereich siehst du für am meisten oder hältst du für am meisten angreifbar in einem Cover 6, was auch immer? Und lernt dann ein bisschen was durch die Antworten über den Spieler. Ich glaube gerade in dem konkreten Beispiel mit den Lions, mit Tua, mit Herbert, dient es eher der Tatsache, oder nicht der Tatsache, dient es eher dem Zweck, dass irgendjemand denkt, ah, vielleicht ist die Trade doch interessiert und vielleicht eben, und dann Hochtradet. Ich glaube auch, dass da andere GMs nicht so wirklich drauf reinfallen, aber manchmal weiß man im Kopf, dass Sachen nur zur Show so sind, dass das jetzt zum Beispiel nur ein Smokescreen ist, aber unterbewusst denkt man trotzdem, uh, was wenn nicht? Und ich glaube, das ist der einzige Sinn von diesen Interviews. Ich wäre wirklich sehr überrascht, wenn die Lions Herbert oder Tua Tangevaloa draften auf drei. Es sei denn, einer davon fällt überraschenderweise in Runde zwei auf den dritten Pick und dann holen die Lions sich den da, aber wie gesagt, sehe ich nicht kommen. Was vielleicht mehr Sinn ergibt oder wo man mehr drauf achten könnte, sind die Jalen Hurts Interviews. Da wurden jetzt in letzter Zeit welche durchgeführt von den Packers und von den Patriots. Beide Endrunden eins und das sind auf jeden Fall potenzielle Taker. So, jetzt Kanalmitgliedschaft. Ich habe mich die letzten Tage ein bisschen mehr damit beschäftigt. Und das Ding ist, nur mal als Prinzip, um es zu erklären für euch, es würde sich an den Videos erstmal nichts ändern. Die wären alle genau gleich. Ihr hättet nur die Option, unter dem Video irgendwo auf Mitglied werden oder sowas zu klicken. Das Ganze würde dann Geld kosten. Das heißt, da gibt es verschiedene Level, die ich einrichten kann. Ich kann den Betrag komplett feststellen oder festlegen. Zum Beispiel könnte ich sagen, es gibt das erste Level, was zwei Euro kostet. So zwei Euro im Monat ist nicht wirklich viel. Was weiß ich, ob das ein Kaffee ist bei Starbucks oder sowas. Auf jeden Fall ist es nicht sonderlich viel. Und dann gibt es dafür bestimmte Sachen, die ihr erhaltet. So das erste, was man glaube ich auf jedem Level kriegen würde, logischerweise, wäre ein Zeichen, das neben eurem Namen ist. Wenn ihr unter meinem Kanal kommentiert zum Beispiel. Das heißt, andere Leute wissen, dass ihr ein Mitglied seid. Ich glaube, man kann besondere Emojis einstellen oder sowas. Da bin ich mir nicht sicher. Sachen, die mir selber noch gekommen sind, ist, ich glaube, ab dem untersten Tier würde ich dann einführen, dass es gesonderte Abstimmungen gibt. Das kann sein, sowas wie, welches Video soll ich als nächstes machen, wenn ich mir irgendwo nicht sicher bin. Es kann sein, welche Franchise soll unsere nächste Franchise sein oder soll ich in der Franchise umziehen und so weiter. Das würde auch nicht automatisch heißen, dass alle anderen überhaupt keine Umfragen mehr kriegen, sondern nur, dass es teilweise exklusive Umfragen gibt. Ich glaube, im höchsten Tier, ich weiß nicht, wie ich das Ganze geldmäßig mache, da muss ich noch gucken, im höchsten Tier, also im höchsten Level, auf dem man Mitglied werden kann, würde ich dann irgendwas einführen, wie extra spezielle Livestreams, nur für die Mitglieder auf dem Level oder auf einem höheren Level, wie gesagt. Und ansonsten weiß ich nicht genau, was ich als Vorzüge euch geben könnte, euch anbieten könnte. Und falls einer von euch dann eine super Idee hat, dann schreibt die mir einfach in die Kommentare oder schreibt die mir zur Not auf Twitter oder Instagram oder zur Not als E-Mail, als DM, dann lese ich mir das durch. Wie gesagt, es ist noch nicht so weit, aber es wird vermutlich in den nächsten Wochen irgendwann passieren. Und ich glaube, der Hauptaspekt bei diesen ganzen Mitgliedsgeschichten ist auch immer einfach Support. Also ich glaube, die wenigsten Leute werden wirklich irgendwo Mitglied, weil sie sagen, boah, dieser Vorteil ist so geil, den muss ich haben, sondern in den meisten Fällen ist es, Kanal ist cool, ich würde den Kanal gerne mit, was weiß ich, 2 Euro im Monat unterstützen. Und dafür habe ich halt das und das, was mir dann noch gegeben wird. Wenn einer von euch Ideen hat, packt mir die in die Kommentare oder wie eben gesagt, Instagram, Twitter, Gmail, was auch immer, schickt mir da was. Wenn nicht, auch nicht schön, denke ich mir selber noch was aus. Und ich hoffe, euch hat es gefallen, wenn ja, würde ich mich freuen, falls ihr ein Like da lasst. Wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Bis dann.